sagt er ist mir gerade selbst abgeschmiert naja ich weiß dass sie beim thema öfters naja selbst bei pc spielen naja passiert mir alle fünf stunden sich einmal also in der aufnahmezeit also geht eigentlich nur ich muss mir das merken weil meistens ist es so wenn es abkackt dann vergesse ich immer die aufnahme zu starten und stellt euch vor ich habe es gerade eben auch vergessen ich habe zwölf minuten weiter gespielt sind dann erst gecheckt dass es gar nicht aufnimmt ja ja noch mal das will ich empfehle doch ich sollte mir aufpassen dass ich klettern nicht aber okay einmal verkackt kein problem kamera dass auch wir hier stabile liane zack zack und da hoch muss ich eigentlich zu wenig anschwung oder ich meine weil es sah schon so nach maximum anschwung ausgehen weil hier reicht zum beispiel zweimal anschwung und damit ich da immer gleich von mehr anschwung beim ding und dieses glaube ich zu wenig hier reicht so bam bam bis drüber ja vielleicht brauche ich mir einfach ja diesmal geht's ja genau ich habe hier ein schatz hier von einer seite ich zeige es euch kurz als ich hier gefunden habe gemacht habe ich auch noch zeige kurz ich habe hier oben habe ich ein schatz gefunden das war ganz schön zu zeigen schätze waren goldener tari tyrone anhänger dann mal wieder weiter ja ja kein problem habe ich jetzt sehen die dingen die untertitel angemacht weil die waren gerade eben glaube ich nicht an soll ich die anderen oder nicht nur audio leuchtpack mal das obwohl ne fast ähm sollte ich die sprache ein bisschen lauter ist minimal na gar nicht das einfach untertitel schaden nehmen ja manchmal wenn ich einfach dazwischen laber hört ihr ja nicht was er sagt dann könnt ihr das auch da könnt ihr es lesen falls sie ja es trotzdem hören oder sehen aber es trotz verdammte kacke wenn ihr es trotzdem wissen wollt ich leuversprechen like lepo und echt jetzt oh man das ist unerwartet abgehört ich sollte eigentlich hier so rüber dann hier runter ballen einfach unterspringen das war's ich wette das noch ein schatz aber egal schatz drauf da ich hier ist noch ein überall könnte einer sein oder von seiner doch ich hatte recht nach was ist es in ko ring aus gold und türkis gestein schick schick dasadi wat geht nee sehr witzig hoho ok bin drin pacisto die jung blut heat überall blut und suppe was für eine art von suppe leckigen und das liegt nicht an der ps das liegt an fraps deswegen sagt nicht meine ps 3 geht es gleich ich muss gucken dass das mit trips nicht wieder passiert ich probiere mal was aus nicht in der aufnahme später na wo kommt die denn hier mein leicht verwester freund ich glaube die spur ist wieder heiß geworden ja hier liegt ein typ mit jeder menge spanischer münzen aber die prägung darauf habe ich noch nie gesehen du machst witz anscheinend wussten die jungs mehr als wir ihr könnt mir im grunde schreiben ob ihr untertitel an oder haus haben wird mir ist es im grunde egal könnte für einige vielleicht störend sein wenn ich irgendwie rumlaufe oder spieler sonst was weil die dinger sind ja fast in der mitte des wirtschafts aber naja na ich glaube sie lasse ich doch an und voran gemütlich feuchte sache war kommt trockene trockene was das denn schön eine flasche noch irgendwas gefangen bin jetzt in der kajüte weißt du was der captain auch er ist ermordet worden oder besser gesagt zerfetzt was für ein abgang klingt furchtbar durchsuchen wie einfühlsam sally warte mal ich glaube ich habe die fehlende seite nicht im ernst anscheinend haben drake und die deutschen den gleichen schatz gesucht hier ist die karte die uns genau ans ziel führt wir dürfen nicht wieder falsch liegen diesmal muss was rausspringen sonst sonst was sally bist du da sullivan so man die leichen sind ja verstörend eklig aus schon fast wie ein zombie das ist wohl nicht gut dann schnell raus man auf geht's komm jetzt muss es explodieren mach boom boom k 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 Mr. Drake. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass sie zwei etwas gefunden hätten, den Fund ihres Lebens, sagte er, war ich fasziniert. Aber große Töne hat er schon früher gespuckt, nicht wahr, Victor? Es ist immer das gleiche mit ihm. Immer dasselbe Geschwätz. Mann, redet der immer so viel? Nicht so heftig, Navarro. Tja. Ich fürchte, wir müssen jetzt leider gehen. Es sei denn, Sie hätten etwas dort drin gefunden, Mr. Drake, das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Erfarsch dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quillt? Vorerst. Nur für den Fall, dass Sie vergesslich sind. Hey, langsam. Lassen Sie. Hey, hack dir nicht immer erstmal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Nein, das hier wird ihm mehr wehtun. Wow, wow, wow. Kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu tun. Charlie! Sully! Halt, du Dreckskerl! Haltet ihn! Der ist bestimmt einer von den ganz intelligent gegen den Torpedo gelaufen und... ...und hat den Torpedo ausgelöst. Aber, Sully, was ist los? Der kann doch nicht leben. Der hat einen vollen Schuss ins Herz bekommen. Der hat auch seine Hand eingehalten, Mann. ...kann der das. Langsam, Cowboy! Oh Mann! Das ist Twist am Korn am Dog! Was zum Teufel machen Sie hier? Denken Sie, ich wäre zu blöd, um zwei bekloppten Grabräubern zu folgen? Er ist hier lang! Ich funke voraus! Es gibt nur noch einen Grabräuber. Sully ist tot. Was? Ja. Und wir auch, wenn wir nicht hier verschwinden. Oh Gott, tut mir leid. Bitte, sagen Sie, dass Sie eine Waffe haben. Ja, natürlich. Oh, danke. Na gut, dann los. Äh, wo lang? Aber cool, wie die einfachen uns vorbeigelaufen sind, zu blödsinn nach links oder rechts. So, guck, ähm. Kann man wie so Stealth Action machen? So, so. Keiner auch von hinten. Oh ja, du. Oh, du bist intelligent. Ups. Okay, ich habe noch genug Schuss. Das heißt, ich kann noch 30 Schüsse ver... Oh man, ich sollte euch da aufpassen. Nicht die ganze Zeit rauskücken aus der Deckung? Okay. Munition, Munition. Oh, AK. Immer schießt jemand auf dich. Die schießen auf uns beide, oder? Nein, hauptsächlich auf mich. Äh, okay, der hoch. Leute, er springt wie so ein... Ich sehe sie. Ich kann nicht zielen. Äh, wo komme ich hier hoch? Oder wie komme ich da hoch? Ah ja, ne. Äh, okay. Jetzt auf einmal geht's. Wie, wie, wie kann er noch leben, Mann? Du bist tot. Und tot. Moni? Mehr... Moni? Moni? Oh, was ist das hier? Oh, ein Schatz. Goldener Inka-Pokal. Oh, ey. Schatzsucher-Anfänger. Also, ich... Ist hier was drin? Ne. Ich glaube, es sind Dinge überhaupt was drin waren. Ach, hier war die Statue. Stimmt, ja. Hier sind wir wieder. Okay. Hier sind wir uns ganzen Weg gefolgt, wie der... Verdammt! Oh, den treffe ich nicht. Okay. Okay, dann springen wir mal. Medizion. Wuhu... Egal. Ich dachte mir jetzt... Jede Ecke angucken und gucken, ob er ein Schatz ist, aber... Ah, nein. Lass mal. Ah, nehmt ihr einen Schutzwesten? Warum tragen die auch keine? Oh, wow. Fuck. Beinahe nicht geschworen. Okay, der stand hier. Ah, okay, Moni ist schon voll. Wie schlimm hat er denn eine Pistole? Was für ein Teufel ist das hier überhaupt? Eine Ruine. Lange Geschichte. Später. Ne, der runter nicht, oder? Ne. Wow. Oh mein Gott. Erschreck mich doch nicht. Gott. Der hat mich unerwartet erschreckt. Also nicht dahin, Mann. Kurz warten. Okay. Nachladen und... Weiter. Ist er nicht von den AK-Munition? Doch, der. Oh Mann. Moni? Na, da haben wir einen Pistolen mit. Äh, ich glaube, der nimmt eine Pistole. AK ist ja fast leer. Ne, ne. Die Typen meinen es ernst. Ah, hier sind wir schon. Genau, hier war die Leiter. Oh. Zum Glück überrascht uns direkt keiner am Anfang der Leiter. Also, meine Leiter nicht. Wow. Manchmal, ne. Manchmal erschreckt nämlich echt, wenn die einfach so aus irgendeinem... Ich komme gerade so ins Dunkle, auf einmal kommen die aus der Ecke. Ah. Oder die kommen mitten aus dem Dunkeln. Manchmal ist das echt erschreckend. Denke ich mir so. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Dann BOOM! Brüllen die ja in der nächsten Mal. Okay. Was? Hm. Oh, der, die... Äh... Die... Keine Ahnung, ob das eine Vase oder ein Fass ist. Sagen wir einfach Vasenfass. Die hat das Vasenfass geklatscht. Und ich hab ihn getroffen, irgendwie. Das hab ich vergessen, dass da... Ähm... Wie bitte? Wie weit hinten bin ich jetzt nahe gesucht? Oh, wow. Kann ich hier nicht irgendwie... Wegwerfen? Hoffnung. Hoffnung, man nicht. Oh, man. Wo bin ich eigentlich? Ach, hier bin ich gespawnt? WTF? Ich dachte mir, ich muss voll viele auf einmal wieder Neue-Mann. Wer ist der Spawn auf einmal nach? Dit... 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 Ich muss es 100 pro derjenige sein, den die einballern, wenn die da steht und... mein gott oh mein gott die kamera oh mein gott weg oh gott endlich getroffen ich dachte ich treffe nie an sei bleiben sie bei mir jetzt müssen wir wieder bestimmt noch mehr warten nein noch mehr oh mein gott dass wir nicht mehr zeit irgendwie mich in die decke zu werfen wow du blöder blöder oh mein gott oh mein gott andere waffe ich empfehle ja und da ist ein auto sind sie überall so beliebt ja irgendwie scheine ich den abschirm anzuziehen tut mir leid kein problem ist ihr gedächtnis gut ja wieso uk 2642 haben sie das ja was ist das koordinaten der kriegsmarine ich glaube es ist das versteck von eldorado das problem ist die mörder von sally wissen das auch mist wenn sie den schatz gefunden haben brachten sie ihn sicher auf diese insel und drake folgte ihnen und worauf warten wir dann ich krieg die story und sie kriegen was auch immer sie eben suchen na los hey das ist hier kein ponyhof klar ich kann schon auf mich aufpassen außerdem schulden sie mir was schätze das tue ich wir folgen der spur des schatzes von eldorado und sie führt hierher auf diese kleine insel mitten im pazifik sehen wir sie uns mal an und hoffen dass wir die ersten sind erwarten uns die ruinen einer alten kolonie und spanisches gold oder warten auf dieser insel dunklere geheimnisse auf uns bei sowas schaltet keiner mehr weg was zum teufel war das flug abwehrfeuer das ist nicht witzig wir brennen weg mit der scheiß kamera wir müssen springen springen gibt es hier überhaupt fallschirme man könnte ja mal nachsehen nicht ich funktioniere sie noch das werden wir gleich wissen hast du das schon mal gemacht na klar du springst zählst bis 5 und ziehst die leite jetzt los kommst du auch ich bin zu beschäftigt mach schon wir sehen uns unten ich komm gleich nach ja ok 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 man springt raus 10 bis 5 und zieh die leite kann doch nicht so schwer sein ok oh verdammt 1 2 3 ah 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 1 2 4 5 ah 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 sonnestillendung und so abgestürzt abgestürzt elena ist weg vielleicht auch tot im flugzweig oh man fängt sehr gut an ja alles perfekt perfekt sind wir überhaupt hier waren wir mitten gelandet wo eine statue ist ah ok wir sind irgendwo gelandet wo was wichtig ist ist ok ich verstehe schauen ist irgendwas zu finden kann man hier irgendwie ne ich glaube da kann man nicht hochklettern kommen ist ein schatz oder sonst was schatzi schatzi schatz schatzi schatz aber ich wette die kamera von ihr wird so oder so irgendwann schrott gehen oder verloren gehen das muss passieren das ist zu offensichtlich silberne inkka figur wir haben ein zehntel der schätze krass 6 von 60 kann hier irgendwo ich glaube man kann irgendwo hochklettern ach so dieses im basso ich dachte dieses ding da wo da falsch um landes werfen wir die statue sagen wie komisch aus soll die statue er etwas war das denn für ein okay direkt zerfällt das so ein stabiles tor sein sonst und so viele schätze mann so viel silbernes fisch amolett der kopf vom fisch sagt komischer wie das auch wieder außer mit einer hand so gleich stürzt er ab wohin aber ach so ich bin hier hochgekommen hast ich verstehe kann man nicht hoch obwohl obwohl doch hier oder auch nicht egal für ihr durch dann wenn die karte im flugzeug ist wie will die karte überlebt haben denn das flugzeug ist ja abgestürzt boom feuer karte papier gleich kaputt oder fahrtue ich mich dann hier unten ist oh das ist ein schatz ich bin ja ein richtiger schatzjäger goldener frosch ich bin ja verrückter vogel oh mein gott ich muss mal controller benutzen dafür das ist aber so was mache ich nicht was gegen sie ja nicht in meinen zehn kopfschüsse ding ich glaube den gebe ich da oben erstmal eine zehn kopfschüsse und noch einer und noch kommt schon man wache echt jetzt okay warte wo bin ich gerade mal runter gesprungen um schatz zu holen ich bin gar nicht darüber gesprungen was sie kann man doch rüber mein gott nein 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 ich verstehe nicht irgendwie ich glaube ein controller sollte man kalibrieren der denkt ich wäre auf den kopf oder so okay ich habe die ganze zeit immer vier dann dreimal dreieck keine ahnung wird useless wird oh geil granate ist da noch mehr ach so ein zwei wie werfe ich granaten man ich nichts wissen na toll irgendwie so mach einfach okay hauptsache ist keine ahnung die granaten werden ist nicht so mein ding munition mister ich glaube ich dürfte schon fast am flugzeug sein oder nicht wohl eher nicht ich glaube hier genau an dieser stelle zu diesem zeitpunkt kann ich den port beenden denn dann werde ich im nächsten part hier unten wieder die leute aufmischen und dann finden wir auch unser flugzeug und die karte die ganz bestimmt nicht verbrannt ist im feier des flugzeugs und ja okay dann würde ich sagen dank fürs zu müssen bis zum nächsten mal schön ich bin ich bin